Ich habe heute mal den Monster mal einen kleinen Einblick in den Wachalltag von der Berufsfeuerwehr gezeigt und ja, dann habe ich ihn mal reingelassen. Klar ist immer so was interessant, erstmal so ein Feuerwehrfahrzeug. Es war natürlich für das Monster auch erstmal Beeindruck und habe ihm dann auch mal den Gerätraum aufgemacht, gerade für Verkehrsunfälle, was wir da alles an Gerätschaften haben. Vor allem hat er sich dann auch probiert am Spreizer und Schere und hat auch mal probiert, die hydraulische Rettungsschere hochzuheben und da hat er einfach mal gemerkt, wie schwer solche Gerätschaften sind. Ja und dann habe ich ihn einfach auch mal ein bisschen hier durch die Wache geführt. Dann durfte er natürlich auch mit der Drehleiter fahren und halt einfach mal ein bisschen über den Dächern von Stuttgart drehen können. Drehleiter. 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 Drehleiter.